ich nehme auf zack runde schöne bäume schöne landschaft tolle gegner viele ziele herzlich willkommen genau herzlich willkommen und hier brutzelt es schon diesmal werden wir bestimmt richtig absagen gehen ich einfach durch mich durch wie sieht das aus genau es ist ja bei den dicken da wo jetzt klo zwei dicke ok nein das ist nur eine leuchtgranate das ist nur so ein leuchtding das ist nur so ein leuchtding oh das ist gut oh oh hier ist ja einen haben wir erledigt ja so der andere ist auch tot ja den hat wahrscheinlich die dynamit stange hingerafft sehr super so dann laufen wir mal geradeaus genau gucke jetzt auch noch nicht ballern da vor dir ist einer den kannst du aber auch messen den rechts lieber nicht nö oh ok gut ja ich dachte den machen wir mal unscharf mal gucken ob heute die neue john sinclair folge schon online ist schön zwei teile der ersten teil habe ich schon aber ich warte mal bis der zweite teil draußen ist und dann höre ich mir die mal gesamten an die ich weiß nicht mal was das ist das hörspiel geisterjäger und da sind die gegner drin in der vorsicht renn dich rein alter sorry super habe ich ihn erwischt ja ich wollte gerade ja sagen aber alter war ja doch nicht tot